Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Bio kann ich mir nicht leisten. Vor einigen Jahren nahm ich an einem Selbsterfahrungskurs teil. Es ging ganz konkret um unsere Beziehung zu unserem Körper. Wir saßen in einer Vierergruppe zusammen, zwei Männer und zwei Frauen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, als plötzlich einer der Männer aufsprang. Es war ein Mann aus den Bergen, so Modell Almöhi. Schulterlange, schwarze, leicht gelockte Haare, Vollbart. Und das Leben in der Natur hatte jede Zelle seines von der Almarbeit gestillten Körpers beschrieben. Ein richtig schöner Mann. Und es war ein heißer Sommertag. Und durch das dunne T-Shirt sah ich, wie er seine Muskeln anspannte, sich breitbeinig hinstellte und dann ruhig und mit fester Stimme sprach. Mein Körper ist mein Tempel. Für ihn ist das Beste gerade gut genug. Wow! Nie werde ich diesen Moment vergessen. Er brannte sich tief in mein Herz. Er sprach in drei Sätzen aus, wofür andere ganze Bücher brauchten. Mein Körper ist mein Tempel. Für ihn ist das Beste gerade gut genug. Viele Menschen, die dauerhaft krank sind, bedauern im Nachhinein, dass sie ihre Gesundheit zuvor nicht mehr geschätzt haben. Wir Gesunde nehmen es selbstverständlich hin, dass unser Körper, also unser Zuhause, funktioniert. Einige machen Sport, um fit zu bleiben. Aber wer ist sich denn schon bewusst, dass der Körper das Beste und Wichtigste ist, um das wir uns kümmern sollten? Unser Zuhause, in dem wir leben? Für den Mann aus den Bergen war es logisch, dass für seinen Körper das Beste gerade gut genug war. Nicht irgendwas. Nein. Das absolut Beste. An diese Erfahrung erinnerte ich mich, als ich vor kurzem las, dass wir Deutschen ca. 10,8% unseres Einkommens für Nahrung ausgeben. Das sind etwa 360 Euro im Monat. Weniger als die Italiener und die Franzosen. Weniger als der Durchschnitt in Europa. Und viel weniger als die Rumänen, die z.B. 26% ihres Einkommens für Nahrung ausgaben. Dageben gaben wir durchschnittlich 13,8% unseres Einkommens für Verkehr, sprich also vor allem für unser Auto aus. Das war uns mehr wert als unsere Gesundheit. Und für Freizeit gaben wir auch rund 10% aus. Und für Ausgehen, also vor allen Dingen auch Essen gehen, dann nochmal die Hälfte davon mehr als 5%. Bio kann sich keiner leisten, dröhnte der Satz aus dem Gespräch mit meiner Nachbarin in meinen Ohren. Gerade gestern hatte ich sie getroffen. Bio, also Nahrung frei von Giften und Düngemittel, von Antibiotika. In den letzten 27 Jahren war der Anteil der Insekten um über 70% zurückgegangen. Hauptverursacher? Unsere undisturielle Landwirtschaft. Oder besser unsere Politiker und die starke Agrarlobby, inklusive Industrie und Chemie. Und mit der soeben verabschiedeten Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, war also gerade erst überall in der Presse, hat sich das auch nur marginal verändert. Ein EU-Parlamentarier, Herr Herbert Dorfmann, begründete dies gerade abgeschlossene Programm mit den Worten. Wir wollen keine Agrarpolitik machen für die oberen 10.000, die nur im Feinkostladen einkaufen. Ich sag euch was, der hat's noch nicht kapiert. Es ging nicht um Feinkost, sondern um Bio. Und es ging um unsere Gesundheit und um das massive Artensterben, das gerade läuft, verursacht durch den Menschen, allen voran die industrielle Landwirtschaft und hier den drittgrößten Industriezweig Deutschlands, die Chemie. Habekus und Steffens haben ein Buch über das Artensterben geschrieben. Und sie sagen, die Klimawende entscheidet darüber, wie wir überleben. Das Artensterben, ob wir überleben. Ohne Insekten ist ein Überleben auf der Erde nicht möglich. Sie sind der Beginn einer langen Nahrungskette. Ihr Tod ist auch unser Tod. In 70 Prozent des Urins von Testgruppen befindet sich Glyphosat. Ein Gift, von dem 70 Prozent der Deutschen wollen, dass es verboten wird. Denn Glyphosat ist ein Totalherbizid. Das heißt, das kann keine Pflanze überleben, die nicht gentechnisch verändert wurde. Es trägt maßgeblich zum Artensterben der Landwirtschaft bei und es reichert sich in unserem Körper an. Genauso wie Antibiotika aus dem Fleisch, aus der Massentierhaltung. Und noch vor vier Jahren wurden die Grenzwerte, jetzt kommt ein schwieriges Wort, die Grenzwerte für Neonicotinoide in Lebensmitteln aufgehoben. Sie wurden um das dreifach erhöht, damit die Landwirtschaft gesicherte Erträge hatte. Und mit dem Kauf und Verzehr von industrieller Landwirtschaft nehmen wir all diese Gifte auch in uns auf. Für meinen Körper ist das Beste gerade gut genug, hatte der Mann aus den Bergen gesagt. Für die meisten Deutschen anscheinend nicht. 1.100 Millionen Euro haben die Deutschen für einen neuen Grill ausgegeben. Für Biofleisch allerdings nur 20 Prozent dieser Summe. Ganze 244 Millionen Euro. Auf den teuren 300, 400 oder 500 Euro Grill kommt die 99 Cent Bratwurst und das 1,50 Euro Schnitzel. Meist günstiger als das Katzenfutter ein paar Regale weiter. Bio ist zu teuer, kann ich mir nicht leisten, halte wieder die Stimme meiner Nachbarin in meinen Ohren. Ja, für rund 25 Prozent der Bevölkerung ist der Einwand berechtigt. Die anderen 75 Prozent verstecken sich hinter dem Argument, weil wir einfach nicht mehr Geld für Nahrung ausgeben wollen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Nahrung nichts kosten darf. Die Werbung hat uns über Jahrzehnte eine Geizesgeilhaltung erzogen. Es ist eine Art Volkssport, wenn möglich, das Billigste zu kaufen. Oder genau andersrum, die gezielt teure Marke zu wählen, um zu den Besseren zu gehören. Auch dabei geht es aber nicht um Qualität und Nachhaltigkeit, sondern um Image. Die meisten Deutschen, rund 60 Prozent, können es sich problemlos leisten, für Nahrung mehr Geld auszugeben. Es ist eine Frage der Einstellung und eine Frage der Wertigkeit. Ist mir meine Gesundheit und das Überleben auf dieser Erde mehr wert oder mein Auto und meine Freizeit? Und wenn wir bedenken, dass wir 30 Prozent der gekauften Lebensmittel ungenutzt in die Mülltonne werfen, da würde ein gezielterer und bewussterer Einkauf schon so viel Geld sparen, dass der Wechsel auf Bioprodukte für noch viel mehr Menschen möglich wird. Zumal gerade die Bioprodukthersteller wie Bioland, Demeter oder auch Alnatura in Discountern zu finden ist. Und das ganz bewusst. Denn diese Hersteller haben beschlossen, dass Bio für jeden leistbar werden soll. Jeder von uns trägt durch sein Handeln dazu bei, ob das Artensterben gestoppt wird oder nicht. Und jeder ist auch verantwortlich für das Artensterben. Wenn keiner mehr industriell, also mit Giften hergestellte Produkte in seinen Einkaufswagen packt, dann werden auch keine mehr hergestellt. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und da haben wir Konsumenten sehr, sehr viel Macht. Wir müssen nur unsere eigene Wirksamkeit nutzen und zusammenhalten. Wenn die Politik versagt, dann sind wir gefordert. Stellt euch doch vor, wenn die 75 Prozent, die es sich leisten können, komplett auf Bio umsteigen. Gemeinsam können wir das Artensterben auf deutschen Äckern stoppen und unsere Gesundheit wirklich ernst nehmen. Stell dir vor, 60 Prozent der Bürger kaufen ab morgen nur noch Bio. Und zwar richtiges Bio. Das Angebot in Regalen würde sich in kürzester Zeit verändern. Darum, gönn dir das Beste für deinen Körper, weil du es dir wert bist. Und damit gönnst du automatisch der Natur das Beste, weil wir zu 100 Prozent Natur sind. Was wir der Natur zufügen, das fügen wir uns zu. Wir können das nicht trennen. Kauf nur noch Bio. Um jeden Preis. Und die Natur sagt Danke. Deine Kinder auch. Und vor allem auch dein Körper. Handel aus Liebe zum Leben. Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.